So, was ist denn das Grinch Summer Home? Achso, also da oben, warte mal, wenn du, warte, wo war das? Wenn man von hier aus geguckt hat, dann steht da oben so ein Haus mit Grinch. So, wenn du in die Richtung hier guckst. Aber das ist nicht da, von wo wir gekommen sind, ne? Wir sind ja aus diesem Berg gedroppt. Ja, aber wir sind von da oben, glaube ich, gekommen. Also, wir sind aus der Richtung hier gestartet. Und da oben ist dieses Grinch-Dingeln. Wir kommen ja auch hier nicht raus. Hat der dir irgendeinen Hinweis noch gegeben oder so? Du kannst ja bei dem Schild nochmal gucken, aber... ...habe hier nichts zu sehen. Sonst drumherum ist ja sonst auch nichts. Äh... Used to unlock the Grinch Summer Home. Der Sommer sitzt das Grinch. Ja. Ist hier in den Häusern vielleicht irgendwas? Oh, you snatch roast... Was? You snatch their roast beast, throw into the fire and then out... Ah, out the back door to continue the riot. Back door wahrscheinlich. Äh... Wo bist du? Ich bin hier in ein Haus gegangen, warte. Also, ich habe auf jeden Fall eins gefunden, bei dem die Tür verschlossen ist. Warte, komm mal. Äh... Warte, komm mal kurz auf, um zu gucken, ob hier irgendwas drin ist, was ich übersehen habe. Green Bundle... ...Pent and Steal... ...Packages... ...Abi-Bloops, aber hier steht sonst nichts drin. Oh, ma mit. Hi. Hallo. Hier, bla, ich hab jetzt hier von denen eben das Essen hab ich aus dem Ofen genommen. Dann steht hier durch die Backdoor geht's weiter und dann kommst du hier halt auch raus. Oh ja, dann würd ich sagen, geht's hier weiter, ne? Oho, now what's this? You've saved best for last the Grinch summer place. Oh, da ist er wieder. If you burn down the Hoos Xmas tree, put lever here the Grinch. Warte mal, oh hier ist noch Rubel drin. Ah ja. Tadaa. You are riffled through the foyer, foyer, find this whole stash of wacky blasts that go bang when they're mad. You fill up this house with these blocks that go boom. You fill up his foyer when to the next room. Hier sind überall denn die Gefühle, wie das Foyer sind. Oh, hab's alles so... Okay, warte, ich muss sein Foyer, glaub ich, füllen? Also das Foyer war ja das hier, ne? Ja, ich glaube, das war damit gemeint. Mach mal so, dann müsste das ja... So, das Foyer ist ausgefüllt und dann müssten die hier ja auch noch mit explodieren, ne? Hier so, no, wait, just a moment. Just wait, what is this? It's a portrait of mom and she's with the young Grinch on closer inspection. Oh, verdächtlich. You see something more standing next to the Grinch. It's a little blue boy. What, what is this? Could it really be true that young lad in the painting is really you? Vielleicht. Ja, deswegen wollt ihr uns auch Bruder nennen. Wir haben nur nicht zugehört. Do you have a family? Are you not all alone? Oh, hier hinten ist nur ne Kiste, warte. Ich hoffe, da gibt's mal irgendwas zu essen. Hier gibt's was zu essen. Oh Gott, guck in die Kiste hier. Goldene Äpfel gefunden. Uh, das sieht doch lecker aus. Oh, richtig Zucker. Ich brauch auch gerade mal hier so... Ich hol mir da gerade noch mal mehr. Noch einen goldenen Äpfel und Melone. Neh mal die Kuchen und so noch mit. Melone. Okay, uh... Are you not all alone? Could you have a brother? Could this be your home? Oh, what have you done? Have you made a mess? What is this odd thumping inside your blue chest? You've heard the rumors but didn't believe. Is this how the Grinch felt when his heart grew times three? Dock, take this flint. There is no time to waste. Bring it back to the Grinch cave. You tell him with haste. The Dock gives a bark and takes off with a bound to rescue the Grinch. While you restore the town. Oh toll, jetzt muss ich das alles wieder... Ne, warte, muss ich dem Dock jetzt hier die Knarre geben? Ich glaub nicht, dass das irgendwas im Spiel auslöst. Oh. Hier ist ein Le... Ach so, hier sind wir wieder... Anführungsstrichen hier. Ich glaube, das, äh... Bedeutet, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt alles reparieren, was wir... Scheiße gemacht haben. Mhm. Ich hoffe, das geht. Naja, wir sind ja quasi jetzt in einer... A short time later. Oh mein Gott. Every who down and who will. The town of the small were gathered around and mutually bright and tall. Um, as they stood hand in hand and their song filled the air. It sounded just a little bit louder this year. For this year at Christmas they had something more. New friends in their midst who had come from afar. Das bedeutet, das sind jetzt die Roos und die Roos. The Grinch's blue brother long ago lost in Roos. While shopping for Christmas at Department Store 2. Haha. Well, that was the day that shrunk that Grinch heart. But now Reunited will never apart. Oh hey, steht da! So you raise up your voice. Let your song raise the wind. Your Grinch misadventure has drawn to the end. Merry Christmas, Minecraft. Zemba 2012. Da ist der Grinch! Hallo Bruder! Du musst ein screenshot von ihm machen. Oh wait! Hold the Grinch. This just won't do. With coins you collected starting in Rue. They grab and they're dull and they're just aren't right. Smell them inside. And to all a good night. Your final score is Snowflake. Post your total on the forums. Okay, man muss dann hier... Muss die Dinger einschmelzen quasi. Ja, ich schmelz mal alles ein, was ich hier so finde. Ach, das ist alles Clay. Ja. Äh... Oh. Naja, wir haben ein bisschen was gefunden, immerhin. Ich schmelz das da mal ein. 8-Bit-Dames-Sletter. Ach ne, weil die unterschiedlich heißen gehen die da nicht alle gleichzeitig rein. Ja. Ich hab' ich auch so'n bisschen genervt. Da gibt's ja noch mehr. Ah, oder warte mal, genau. Das kann da noch rein. Handycane da raus. Warte, hier hab' ich noch 14 Stück. Sehr gut. Äh... Es gibt's noch mehr Öfen. Oh, hier ist noch ein... 8-Bit-Dames-Sletter. Oh. 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 Ganz schön viel Arbeit ohne den Adventure-Modus und sowas, das alles zu machen. Mhm. Weil ich für uns war bis alles vorlesen musste. Aber wenn's im Chat steht, ist es meistens so'n bisschen unromantisch von daher. Ja, das stimmt. Vor allem die Schilder haben einem jetzt ja auch so... Das war jetzt so ne interaktive Weihnachtsgeschichte. Das ist richtig. Ja. Und dann machen wir gleich draußen wieder schön Party, wenn wir hier alles gesehen haben. Ja, Mann! Post your total on the forums, Blood. Ja, ich will... Ich will Feuerwerk, aber das muss man immer craften. Das gab's nicht in cooler Variante. Echt? Na, das ist immer so selbst... Selbst wenn man... Sachen immer craften muss. Hm. Haaaah. Wow. Haaaah. Hm. Hm. Ja, ganz normale Menschen. Ja, ja. Ganz normal. Ja, stimmt. In der 1.8er Version, da konnte man noch nicht auf das normale Feuerwerk zugreifen. Ich glaub, das gab's hier noch gar nicht. Ist ja ne ziemlich alte Minecraft-Version in Anführungsstrichen. Ich kann mich gar nicht erinnern, was es hier alles gab und was nicht. Aber das Menü ist auf jeden Fall ziemlich klein. Ich weiß auch nicht, was es in Minecraft aktuell alles gibt. Ich würd's nicht wundern, wenn das inzwischen, äh... Weiß ich nicht, voll kompliziert ist. Hundertprozentig. Hm. Na gut, also ich glaub, unser Score ist nicht ganz so... Dramatisch. Mega. Also ich mein, ich kann's ja quasi nachzählen. Bin ich aber 1, 2, 3, 4, 5 noch im Inventar. Hier sind noch 6 drin. Ich hab noch 1, 2, 4, 5 im Inventar. Dann haben wir beide 5. Also haben wir beide 10. Das sind dann hier schon mal 24 und dann... Ich hab noch 10 im Inventar. Also warte mal, 14 sind im Ofen und 10 Schneeflocken sind immer im Inventar. Das sind schon mal 24. Dann hab ich noch 4, das sind 8, also 4 Coins, das sind 28. Und was hast du noch an Coins? Ich hab, äh, noch 5 Coins. Dann sind das 33. Ja, mal 33 Coins, ne? Nö. Besser als nix. Schmelzen wir die Scheiße mal ein hier. Jaja. Also der Grinch ist jetzt wieder nett, der macht jetzt gute Weihnachten. Genau. Gute Weihnachtsunerheilung. Ah ne, ich hab sogar noch einen Coins mehr. Dann haben wir 34 als Coins. Geil. Wir haben unseren Bruder wieder, den man beim Shoppingtrip verloren hat. Also wir wurden verloren, also das Shoppingtrip. Danke Mama dafür. Wenn wir ja nochmal ihr Bild angucken. Dann frag ich mich nur, warum war unsere Mom dann bei uns, wenn sie uns verloren hat? Ich weiß es auch nicht. Ne, wir hatten ein Bild von ihr in Polaroid. Irgendwie aber anscheinend mehr nicht. Ach so. Und dann haben wir einfach immer mit einem Bild die ganze Zeit geredet. Also die Geschichte hatte definitiv Lücken. Hehehe. Verbehaupten. Sehr gut. Gut, Leute. Wir haben Weihnachten zerstört und gerettet. Ja. Sehr stolz auf mich. So, eine muss noch brennen. Dann haben wir unseren Final Score hier. Ich hab noch welche im Inventar, aber es wird ewig dauern. Ach so, wenn ich alle einzeln machen muss. Ja gut, dann hab ich hier jetzt auf jeden Fall 29. Was passt? Ich würd mal sagen, wir gehen wieder raus zum Tannebaum hier. Ja, Tannebaumchen. Ähm. So, dann würde ich sagen, Hintergrund, gebe uns epische, fetzige Weihnachtsmusik. Yeah! Okay, Entschuldigung. Okay. Cool. Dann, äh, haben wir wieder erfolgreich Weihnachten wieder hergestellt. Alle sind glücklich, wie jedes Jahr. Dieses Jahr mit leichtem Umweg. Ähm. Dann würde ich sagen, ja, dann wünschen wir euch allen ein schönes Fest, schöne Feiertage, schon mal guten Rutsch. Und, äh, bis spätestens. Entschuldigung. Hörst du mal auf, wie die armen Leute zu schlagen, bitte? Bis Ostern. Genau. Bis dann. Oder bis nächstes Jahr. Oder überhaupt und sowieso. Und, äh. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho.